Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago Video zum TE Inspire. Ich möchte euch diesmal zeigen, wie man sehr geschmeidig am TE Inspire Einheiten umrechnen kann. Das geht auch relativ simpel. Sagen wir mal, wir wollen jetzt hier 480, das sind jetzt von mir aus Meter jetzt, okay. Die wollen wir in Kilometer umwandeln, dann brauchen wir hier eigentlich nur auf dieses nette Büchlein hier gehen. Und dann haben wir hier unter Punkt 3 so ein Symbol Grad Celsius, Grad Fahreinheit und so weiter. Und dann gibt es hier ganz oben gleich einmal einen Umrechnungsassistenten. Ihr könnt hier natürlich diverse Einheiten euch selber auswählen, aber ich würde euch sehr empfehlen, diesen Umrechnungsassistenten zu wählen. Denn der sagt jetzt, okay, wir haben gesagt, das ist eine Länge und wir wollen das jetzt von Meter in Kilometer umwandeln. Und dann sagen wir einfach, okay. Dann habt ihr hier auch schon so eine Symbolik sozusagen, 480 an der Line M, also das sind jetzt Meter. Und dieses Dreieck sagt dann eben, das soll umgerechnet werden in Kilometern. Und wenn wir jetzt da Enter drücken, dann haben wir hier sofort den Wert in Kilometern. Genauso funktioniert das auch natürlich in diversen anderen Einheiten. Sagen wir mal, wir haben jetzt, was kann man haben? Sagen wir, wir haben 6 Liter. Dann haben wir hier natürlich wieder unseren Umrechnungsassistenten. Liter ist in dem Fall Volumen. Das heißt, wir haben hier eine Einheit Liter und wollen das jetzt zum Beispiel umformen in, was wollen wir machen? Sagen wir mal in Milliliter meinetwegen. Und dann können wir das Ganze eben auch entsprechend hier direkt wieder umrechnen. Also ihr habt hier diverse Einheiten zur Verfügung. Ich zeige euch das vielleicht nochmal. Wir haben hier verschiedene Volumseinheiten, natürlich Längeneinheiten, Flächeneinheiten, Zeiteinheiten, auch Geschwindigkeiten. Auch hier habt ihr natürlich Meter pro Sekunde, Kilometer pro Stunde, Kilometer pro Minute, was auch immer. Also ihr könnt es da wirklich in diversen Einheiten sozusagen umrechnen. Temperatur, Masse, Kraft, Energie. Ich meine, das wird man dann möglicherweise nicht so zwingend brauchen. Aber auch hier habt ihr diverse Möglichkeiten unter Druck. Zum Beispiel könnt ihr von Pascal auf Millibar oder sonst irgendwas umformen, beispielsweise. Falls das wirklich mal irgendwann notwendig sein sollte. Ihr habt hier auf jeden Fall alle möglichen Einheiten zur Verfügung. Sollte extrem unwahrscheinlich sein, dass hier mal eine Einheit vorkommt, die ihr da drinnen nicht finden werdet. Das war es auch schon wieder zum Einheitenumrechnen am T-Inspire. Ich hoffe, das Video war hilfreich und ihr habt ganz viel Spaß damit, wenn Sie eure Einheiten dann so lockerflockig sozusagen umrechnen könnt. Ihr findet jetzt noch viele weitere Videos auf matago.at. Würde mich freuen, wenn wir uns in einem dieser Videos wiedersehen. Und dann kurz auf und dann mal wieder Folgen.at.